Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie sie im OpenOffice-Karten ein Kram einfach erstellen können und auch bearbeiten können. Also wir öffnen ein neues Tabellodokument und dann können wir einfach loslegen. Also in unserem Dokument haben wir insgesamt drei Tabellen und wir können natürlich auch weitere Tabellen einfach hinzufügen oder unsere Tabelle umbenennen. Und ich zeige euch, wenn sie die Tabelle umbenennen wollen, dann drücken sie mit der rechten Taste. Dann können sie sofort zum Beispiel umbenennen, einen neuen Namen anpacken, angeben und sofort wird die Tabelle einfach umbenennen. Und natürlich haben sie auch die Möglichkeit die Tabelle zu verschieben, zum Beispiel die zweite Tabelle wollen wir nach vorne zum Beispiel verschieben. Und zwar, also, und dann drücken wir einfach, ja, ja genau, drücken wir einfach da und dann sehen sie einfach, die Tabelle wurde einfach verschoben. Und wenn wir diese Tabelle auch verschieben wollen, dann gehen wir einfach auf Tabelle verschieben und dann können wir einfach uns entscheiden, ja, wie die Tabelle vor Hammer oder vor Tabelle 2 geschoben werden oder ganz am Ende. Wir wollen die Tabelle vor Hammer einfach verschieben. Also und von daher sehen wir, vor Hammer haben wir einfach diese Tabelle. Wenn wir die weitere Tabelle zum Beispiel anfügen wollen, dann können wir auch an. Zum Beispiel vor unsere aktuelle Tabelle Hammer anfügen oder nach der Tabelle Hammer anfügen. Wir sagen einfach vor unsere Tabelle, dann können wir einfach unsere Tabellenname hier angeben. Die Tabelle wird einfach gut heißen und dann drücken wir auf OK und sofort wird eine neue Tabelle gut angefügt. Und natürlich können wir die Löschung, wie wir einfach wollen und von daher so können sie einfach arbeiten. Sie können auch zum Beispiel ein Diagramm anfügen, indem sie einfach auf Anfügen gehen und dann Diagramm drücken sie. Und hier können sie schon einfach ihr Diagramm-Chip auswählen. Wir haben viele Chippen hier, wie sie einfach sehen, solche Balken, Reis, Flächen, Linien, XY, Diagramm, Blasen, Netzgurz und so weiter. Wir sehen zum Beispiel diese Diagramm, diese Chip hier und dann machen wir einfach weiter. Und in unserem Bereich können wir zum Beispiel A1 angeben bis A9 bis A9 angeben oder bis A8 so angeben. Und dann können wir zum Beispiel einfach die Sachen so lassen, wie es einfach ist und dann können wir zum Beispiel einfach die Sachen so lassen, wie es einfach ist. Und dann machen wir einfach weiter und unsere Datenreihen lassen wir einfach auf, wie es ist. Und dann gehen wir auf unsere Elemente hier, können wir zum Beispiel einen Titel anfügen. Und zum Beispiel der Titel heißt zum Beispiel Unsatt, Bericht, Bericht oder Ups, Bericht. Und der Untertitel heißt zum Beispiel Bericht oder Ups, keine Ahnung. Und unsere X-Achse heißt zum Beispiel Unsatt. Und unsere Y-Achse heißt einfach und so können wir einfach unsere Datenreihe so bearbeiten, wie wir einfach wollen. Und von daher hier unsere Legende wird auch angezeigt und zwar auf der rechten Seite und mit Datei. Und hier wollte ich nochmal also, ja Tabelle 3. Ja. Und dann gehen wir einfach fertig. Ja, wir sind jetzt fertig. Und dann können wir sofort anfangen, ja, einfach die Sachen zu bearbeiten. Natürlich kann sie auch die Möglichkeit, aber da wird es auch noch ein bisschen breiter zu machen. Sie können schon mal die Daseer bearbeiten, indem sie durch den Betrachtung beklicken und einfach bearbeiten, wie sie es einfach haben wollen. Und von daher die Titel können sie einfach formatieren, wie ich euch auch schon gezeigt habe. Also die Linien, die Farbe können sie einfach hier nehmen und da können sie einfach auch bearbeiten. Die Fühlung können sie auch ändern, wie sie einfach wollen. Zum Beispiel solche Fühlungen, Farbverlauf und transparente Schriftgeffekte, Schriftgröße und die Schriftart können sie auch ändern. Die Schriftgeffekte können sie auch natürlich und die Ausrichtung hatten wir schon. Wir können auch ein bisschen drehen, wie wir einfach wollen. Und sie sehen schon, es wird einfach geendet. Und so können sie auch die andere Daten einfach ändern, wie sie wollen. Und wenn sie zum Schluss merken, nee, das war nichts für euch, dann können sie immer wieder zum Beispiel alles einfach markieren und dann zum Beispiel döschen. Und von daher, das ist auch ganz, ganz einfach. Also sie können sagen, nee, sie wollen zum Beispiel zurückgehen oder sie wollen zum Beispiel die Legende nochmal bearbeiten. Und sie können zum Beispiel sagen, ja, ich möchte zum Beispiel meine Kinder zum Beispiel bearbeiten oder die Achsen haben wir auch schon. Aber sie können immer weiter bearbeiten oder sogar diese Diagrammfläche können sie auch zum Beispiel bearbeiten. Und sie können alles ändern, wie sie einfach wollen. Und von daher, sehr, sehr simpel. Und sie haben auch die Möglichkeit, einfach eine Farbe hier auszusuchen. Und einfach renlassen sie einfach, wie es ist. Und dann werden sie einfach sehen, wie es geht, auch sie. Und natürlich können sie immer wieder ändern, einfach drauf drücken und dann die Sache noch informatieren. Nicht der Gende, sondern einfach ihre Daten überraschen. Sie können auch hier alles einfach ändern, wie sie wollen. Und von daher, sehr, sehr, sehr simpel. Also, A1 bis G0 können sie zum Beispiel, oh, ich habe A1 bis G0 können sie zum Beispiel hier angegeben. Und dann wird das einfach alles geändert. Und von daher, sehr, 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 sehr. Sachen hier, wie sie einfach sich geändert haben, hier haben sie einfach unsere Legende jetzt. Und hier haben wir einfach unsere Zahlen. Und hier haben wir unsere Titel. Und X-Axel, ja, Beschriftung haben sie auch. Und sie können alles einfach bearbeiten, wie sie einfach wollen. Und von daher, alles bis zur Farbe können sie einfach alles ändern. Die Linie auch, die Fläche auch, also. Und auch, sie können mit Farbe auf nochmal alles ändern, wie sie wollen, in Geld. Dieses Mal, wenn sie in Geld haben wollen, dann machen sie einfach in Geld. Und sie können weiter bearbeiten, wie sie haben. Ich freue mich auch auf diese Video und toll dazu haben.